Das Event ist super, so wie es aufbaut ist, am Anfang mit den ganzen Stadeln, wo man sich das anschauen kann, was einen so interessiert, dann hat man schon die ersten Eindrücke und nachher mit den verschiedenen Touren, da sieht man schon auch einiges. Mit den Bustouren, das finde ich eine sehr interessante Sache, also dass man sich auch die Unternehmen direkt anschauen kann. Das finde ich super, vor allem man kriegt einen besseren Einblick, wie das alles aufgebaut ist, wie das Unternehmen auf den Türen ausschaut und auch wie die Leute dort sind. Wir haben einmal da wirklich einiggeteilt mit der Produktion und das alles anschauen und das, also ich habe es ganz cool gemacht. Als Schüler, vor allem war der Vorteil, dass man das Unternehmen einen Einfluss hat. Es war echt spannend und ich weiß, dass es nächstes Jahr wieder gibt, es kommen wir auch wieder. Ja. 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 Ja.